. Marco, du bist dran. Jetzt machen wir aber das Spiel noch, dann proben wir. Wir haben ja viel vor, ihr wisst es. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, Ereignis. Lösen Sie sofort Ihre Band auf, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4.000 Euro ein. Gibt's da was? Ja, und jetzt? Wenn's da steht? Scheiße. Ja, gut. Alles klar.